Moin moin, heute schnapp ich mir den Sack. Der ist auch schon der Mais-Sack. Mais ist ein super gutes Substrat, um Pilze zu züchten. Ich mag diesen kleinen Popcorn-Mais. Denn erstens mal kriegt ihr den überall. Das heißt also irgendwo bei euch um die Ecke. Und dann ist er sauber. Sehr oft auch in Bio-Qualität zu kriegen, wenn ihr darauf Wert legt. Ich lege darauf schon Wert. Meine Pilze sind eben Bio. Aber ihr kriegt halt, was weiß ich, beim Müller oder irgendwo bei euch um die Ecke, kriegt ihr auf alle Fälle Bio-Popcorn-Mais. Und der kleine Mais ist deutlich besser als der große. Und ich finde, auf Mais wächst alles sehr schnell. Also auf Mais habt ihr echt viel Spaß. Es wächst alles sehr gut, sehr schnell. Ist vielleicht nicht das allerbeste, um später dann weiter zu vermehren. Weil zum Beispiel hier so, wenn ihr hier so habt, das hat viel kleinere Punkte. Dadurch habt ihr viel mehr Ansatzpunkte. Deswegen ist hier so besser in dem Schritt als Mais. Aber jetzt später dann, um daraus dann euer Fertigsubstrat zu machen oder euer Fruchtungssubstrat, ist Mais optimal. Und ja, probiert es mal aus. Ich fange jetzt das Kochen an. Mal schlafen.